Hey Freunde, willkommen zurück auf der virtuellen Schlachtbank, wo ich und meine Schwester den armen Bob ein bisschen schänden. Heutige Thema, Nieren. Also habt viel Spaß. Wieso habe ich denn noch Bob? Oh ne, hier, jetzt kann ich auch Nieren machen. So. Ah ja, Nieren. Bob, Alter, was hast du denn alles? Bob hat alles. Kidney, heißt Kidney Niere? Ich dachte, das ist eine Bohnung. Ich dachte, das ist eine Bohnung. Das sind Kidneybohnen, wahrscheinlich Nierenbohnen. Ihh, ich kann nie wieder Bohnen essen. Scheiße, die Niere ist hinten. Ja, Laser. Laserschwert, Alter, so. Wir machen erst mal den Darm weg. Ja, so komplett. Okay. Das sieht aus wie ein Scheißschraubenzieher. Ich weiß es nicht. Hol mal den Darm raus. Ja, ich versuch's gerade. Kann ich denn hier irgendwo? Irgendwo muss ich ja anfangen. Ich glaube, ich muss erst mal wieder den Körper rausnehmen. Kann ich jetzt noch einen Laser machen? Yo. Ich zitter übrigens wirklich so. Ich bin schwer alkoholabhängig. Nein, bin ich nicht. Ist auch nicht cool. Nö. Oh Mann, geht weg. Ja. Alter. Ich glaube, mit der Säge wärst du schneller. Ach Quatsch. Es gibt gar keine Säge. Alles raus damit. Tschüss. So, jetzt brauche ich irgendwie... Jetzt muss ich, glaube ich, den Magen rausnehmen. Okay. Nee, noch nicht. Aber warte. Das kann ich rausnehmen. Die gute alte Leber. So. Wo kann ich jetzt was trennen? Da. Ja. Und da, glaube ich. Anja, vorher muss ich erst mal den Dickdarm rausnehmen. Den, den Anus entfernen. Ja, aber sein Anus ist irgendwie total resistent. Ich weiß nicht. Ich komme da irgendwie nicht ran. Oh nein. Okay. Den habe ich schon mal durchtrennt. Jetzt muss ich noch irgendwie... Ah, ich versuche erst mal den Magen rauszunehmen. Das ist eine gute Idee. Irgendwie ist das Ding total unpräzise. Ah, perfekt. Jawoll. Oh, lecker. Oh, er ist tot. Oh nein. Das Gedärm hängt mir im Weg. Oh no. Okay, ich versuche es gleich mal nochmal mit dem Hammer. Ich glaube, das geht schneller. Nee, ist hier irgendwo die Flex? Haben wir irgendwo die Flex? Weil die war cool. Ich habe sie nicht gesehen. Die Flex war super. Andere Seite? Nee, aber wir können den Bohrer mal nehmen. Oh ja, das geht schneller. Erstmal alles wegflexen. Ja, richtig ein Wegflexen. So. Er ledlitscht. Was ist das hier eigentlich? Oh, der Säge, oder? Keine Ahnung, dann nehmen wir trotzdem mal. Ah, ich schneide den Magen ab. Scheiß Steine raus. Oder was das auch immer ist. Ah, ich sehe die Bohnen. Sehr gut. Das muss auch noch ab. So, soweit waren wir letztes Mal auch. Weg. Jetzt kann ich mich endlich an den Anus wagen. Ja. Der aber irgendwie nicht will. Wie mache ich den denn? Bob verblutet. Oh, scheiße. Nein. Er hat kein Leben mehr. Oh, Mist. Scheiße. Wie kriege ich denn seinen Anus raus? Er ist übel widerstandsfähig. Ja. Acht Stunden später. Zack. Arsch raus. Magen raus. So. Komm her. Ich brauche schon einen Magen. Echt. Oh, zack. Ja, da ist nämlich auch rot. Weißt du das? Mhm. Und da muss ich halt noch ein Loch schön absägen. Ja. Ah. Ich habe den Darm. Da ist er. Da ist er. Geht ihr an. Sauber. Scheiße. Mir ist der Laser runtergefallen. So, Niere. Wo kriege ich euch denn ab? Perfekt. So. Mehr. Du auch. So. Schnell aufmachen. Zack. Oh, ihr seid wunderschön. So. Hier kommt eine rein. Und da kommt eine rein. So. C? Naja, aber er lebt. Ja. Ne? Yay. Loopballon. Jawohl. Wow. Yay. Mehr Optionen. Back to menu. So. Den haben wir gerettet. Ein Glück. Bob kann weiterleben. Machen wir noch einen? Ja. Okay. Jetzt weiß ich auch, wie man den Ahnung ist. Alter Gehirn. Kann ich auch Augen machen? Nee. Aber ich mache jetzt Gehirn. Na Gehirn. Geil. Und Bob. Ich habe immer noch Bob. Bob hat schwere körperliche Defizite. Ja, Bob. Direkt ein neues Gehirn. Oh, Alter. Das ist bestimmt auch richtig. Ja, das kriegen wir hin. Ich setze ihn einfach irgendwas. Oh nein, Alter. Oh Gott. Mit diesem kleinen Flexi-Ding. Oh, noch im Dunkeln? Dunkeln. Ja, danke schön dafür. Da freut sich das YouTube-Video. Ah, ich habe eine Taschenlampe. Das dauert mir zu langsam. Und wenn hier nicht irgendwo... Geht in die Bohrmaschine. Nee, Bohrmaschine. Ich hätte zwar lieber einen Hammer gehabt, aber Bohrmaschine geht auch. Das ist wie Eierpellen. Das ist wie Eierpellen. Geht's dir gut, Bob? Oh, Bob ist tot. Oh, nee. Ist vielleicht doch ein bisschen schwieriger als gedacht. Dann strechst du auch mit dem anderen Teil. Ja, denke ich auch. Oh, meine Nase juckt. M-m. Doch. So. So, Bob. Nein, nicht Licht. Wo war jetzt die Taschenlampe? Da ist die Taschenlampe. So. Äh, die Flex. Nein, nicht das Glas. Wo ist überhaupt das Gehirn? Da ist es. Und eine Maxo-Mix. Okay. Ah, das ist auch gut. Höchste Konzentration. Na, wie mache ich das? Das machst du wirklich toll. Ich könnte Hirnchirurg werden. Ja, Hirnchirurg. Hirn, Gehirn. Und Bob flutet auch nur ein ganz bisschen. Ja, aber der lebt noch. Alles gut. Ah, perfekt. Ich habe das Hirn geknackt. Geist es. Oh Gott.